Guten Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Er wollte eigentlich rauchen, aber wir haben es dann doch nicht geschafft. Wir waren zu langsam. Ja, zurzeit ist ja gerade der Morgenlauf, an dem ich, wenn ich mal angeben darf, teilgenommen habe. Ich habe aber den Film schon mehrere Male gesehen. Kollegen im Haus sagen dann immer, ich laufe nicht für diese Bank, denn JP Morgan ist ja eigentlich eine böse Bank. Unternehmensberater sind hier in Frankfurt auch nicht gerade gut beleumundet. Roland Berger, wenn der Name fällt, wusste man, Hunderte von Arbeitsplätzen werden irgendwann verloren gehen. Deswegen meine erste Frage, so als Einstieg zur Entstehung. Wie kommt man dazu, sich mit solchen Menschen zu beschäftigen? Naja, ich muss leider sagen, es war nicht meine Idee, sondern die Idee von dem Drehbuchautor Stefan Weigel, der ja tatsächlich vor mir da war im Zusammenhang mit dem Projekt. Aha, okay. Man versteht mich nicht. Also, es war nicht meine Idee am Anfang. Es war die Idee von Stefan Weigel, dem Drehbuchautor, der mit der Produzentin zusammen den ersten Entwurf geschrieben hat. Und ich kam dann sehr früh dazu und habe aber, also mir war, also sagen wir mal so, das gehörte zu den fünf Themen, von denen ich dachte, die müssen behandelt werden. Auf jeden Fall. Und ich glaube, jedem ist klar, warum. Das hat mit dem Zustand unserer Gesellschaft und dem Zustand des Kapitalismus zu tun. Aber was ist bei dem Film von dir oder was ist von dem Weigel? Und wer ist dieser Weigel? Wer ist dieser Weigel? Dieser Weigel ist ein Mann, der aus der Werbung kommt. Der hat zehn Jahre oder zwölf Jahre in München in der Werbeagentur gearbeitet, als Texter und Kreativdirektor und hatte ganz viele Kunden aus der Wirtschaft. Eben solche Typen, für die er Marketingkonzepte gemacht hat und so weiter und so fort. Und der konnte die zwölf Jahre studieren und da ist der dringende Wunsch übrig geblieben, das irgendwann mal zu verarbeiten oder sich an den zu rächen, je nachdem, wie man das lesen will. Der ist dann ausgestiegen aus der Werbung und hat angefangen zu schreiben, als Künstler zu arbeiten, hat Hörspiele gemacht, hat plötzlich auch stark feststellen müssen, dass das kommerzielle Weiterungen hat im Sinne von, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Sein erster großer Erfolg als Hörspiel war ein Hörspiel, in dem er einfach nur seine Kontoauszüge vorgelesen hat, die so ein Zeugnis gegeben haben von dem Niedergang eines Menschen, der versucht, von Kunst zu leben. So. Und ein toller Typ auf jeden Fall. Und was hast du in dem Drehbuch verändert? Was ist von dir? Also ich würde mal sagen, von mir ist am Ende die Dramaturgie und von ihm sind die Figuren und die Dialoge oder der Dialogwitz. Ich habe dann viele Dialoge auch nochmal umgewurstelt, aber ich hoffe in seinem Sinne, ich denke auch ja, er hat sozusagen den Duktus auf jeden Fall gestaltet und die Figuren erfunden und die Konstellation erdacht. Also die Genese der Sache ist ihm auf jeden Fall zuzuschreiben. Weil ich persönlich ja glaube, dass diese Menschen eigentlich viel langweiliger sind als in deinem Film. Ja, interessant. Viele Leute sagen auch, sie glauben persönlich, dass die viel netter sind als in meinem Film. Wir haben natürlich auch versucht, dem Affen Zucker zu geben, klar. Dadurch werden die natürlich auch dann interessanter. Also die Figuren in dem Film zeichnen sich ja auch durch eine gewisse Vielschichtigkeit aus. Das fand ich eigentlich auch sehr überzeugend. Also währenddessen die Blomberg-Figur, also Niederländer, ja eher eine Karikatur ist, aber auch nicht nur, ist das bei dem Oellers viel ambivalenter, finde ich. Also dem nimmt man ja so einen gewissen Idealismus ab. Sollte das so sein? Sehe ich das richtig? Ja, also das hatte Stefan Weigl so erdacht. Ich glaube, er hat sich selber sehr stark mit dieser Oellers-Figur identifiziert. Er hat auch mir oft gesagt, Oellers, das ist eigentlich er. Und das ist auch seine Form von Humor und so. Und Oellers ist ja im Prinzip auch, also wenn er mal irgendwas sagt, was nicht sarkastisch ist, dann ist es marxistisch eigentlich. Also der Kapitalismus soll diese Welt da draußen zerstören, den Feudalismus, die archaischen Strukturen, das ist purer Marxismus. Und ja, also ich glaube, das hat was damit zu tun, dass er sich selber mit dieser Oellers-Figur identifiziert hat, dass er dem auch vielleicht eine andere Form von ideologischer Tiefe verliehen hat. Er ist ja auch die tragischste Figur in dem ganzen Film. Also seine Frau verlässt ihn, sein Kind hat Neurodermitis, wie wir das erfahren, wie wir das im Film erfahren. Also da leidet man, obwohl es ja schon auf Deutsch gesagt ein Arschloch ist bei dem, was er macht, da leidet man ja auch irgendwie mit. Man identifiziert sich in gewisser Weise auch mit ihm. Also sagen wir mal so, wir auf der Macherseite, für uns war das auf jeden Fall die Identifikationsfigur. Also mir war immer klar, dass das für denjenigen, der den Film rezipiert, am Ende sehr ambivalent sein wird. Und das habe ich dann auch sozusagen versucht herauszuarbeiten, dass sich das auch vielleicht ändert im Laufe des Films. Dass es irgendwann vielleicht Bianca wird und dann auch wieder jemand anders und so. Also dass man auch sozusagen mit wechselnden Identifikationsfiguren operiert, war unser Plan. Aber für uns selbst alle war eigentlich Oellers die Identifikationsfigur der Geschichte. Der Film ist ja auch so ein richtiges Kleinod, weil er in vielerlei Hinsicht anders ist, als das normale, in Anführungsstrichen, deutsche Filme sind. Ist ja ein reiner Studiofilm, oder? Der ist doch fast oder nur ausschließlich im Studio gedreht, nein? Also mit ein paar Lügen, ja. Also die Bar ist natürlich nicht im Studio gedreht, wo sie sitzen und die Einstandsfeier machen. Die haben wir in irgendeinem Hotel in Köln gedreht, weil wir das einfach schlicht und ergreifend zu teuer war, das zu bauen. Und ein paar Hotelflure haben wir auch in Originalhotels gemacht, weil das auch nicht herstellbar war. Aber ansonsten ist er komplett im Studio gedreht. Auch der Blick nach draußen, wo man ja nie den Ort wirklich sieht, wo die da sind, sondern das ist ja auch irgendwie sehr, sehr stilisiert. Ich nehme an, das ist nicht nur, oder vielleicht auch, aber doch nicht nur einem geringen Budget geschuldet, sondern das sollte auch was bedeuten. Überhaupt nicht. Also klar, sagen wir mal so, die Reduktion war Mittel der Wahl. Das war uns klar, weil nicht viel Geld da war. Und schon Stefan Weigl hat bei dem Entwurf daraus eine Stärke gemacht, würde ich mal sagen. Also irgendwann hat er gefragt, wie soll ich denn das schreiben? Und da hat die Produzentin gesagt, naja, schreib so, dass ich es billig produzieren kann. Und dann sagt er, was heißt denn das? Und dann hat sie gesagt, wenig Schauspieler, wenig Drehorte. Dann hat sie gesagt, okay, gut, versuche ich. Und ja, er hat das mit maximalem Ehrgeiz dann tatsächlich umgesetzt, diese Vorgabe. Und daraus eine Stärke gemacht. Und das ist ja genau das. Das ist jetzt nicht einfach nur, sagen wir mal, das verschämte Ergebnis eines Filmes, der nicht so viel Budget hatte, sondern das ist ein Film, der aus dieser Reduktion eine Kraft genommen hat. Und wir haben das dann weiter betrieben, indem wir gesagt haben, das Mittel, was wir wählen für diese Außenwelt, ist eben nicht, wir versuchen nicht, eine konkrete Welt da nachzubilden, sondern wir versuchen mal den in Deutschland in den letzten 30 Jahren nicht oft begangenen Weg der Abstraktion. Zumindest im Film nicht oft begangenen Weg der Abstraktion. Und aus einem schlichten inhaltlichen Grund, für die ist diese Welt da draußen auch abstrakt. Weil die wollen auch damit gar nicht konkret konfrontiert werden, was da draußen los ist. Das stört sie bei der Arbeit. Die Welt, wie sie sie sehen, soll aus Zahlen bestehen, weil dann können sie ihre Methoden anwenden. Und die Realität stört dabei. Und diese Sichtweise auf die Welt war zu übersetzen. Und darum das Mittel der Abstraktion. Naja, das fand ich auch gut. Also wie sich die Hermetik dieser Welt auch quasi in der hermetischen Abgeschlossenheit nach draußen und auch quasi in dieser abstrakten Kulisse irgendwie widerspiegelt. Wenn wir schon bei den Drehorten sind, die sind ja jetzt durchaus in verschiedenen Ländern. In Indien sind sie, in Nigeria. Aber trotzdem, sie sehen die Zimmer irgendwie gleich aus. Was ist da so die Anweisung an den Filmarchitekten? Unsere Idee war, dass es eine Kette, eine chinesische Hotelkette ist, die sich Jinchan-Suites nennt und die präferierte Kette ist, wo Niederländer immer absteigen will, worauf er besteht und die in all diesen Orten ihre Filialen hat, die halt überall gleich aussehen, wie es halt bei so Filalketten ist, die so einen bestimmten Designstil haben, der halt so ein komischer Geschmackskonsensbrei ist. Also wir haben dann tatsächlich diese Jinchan-Business-Suites-Hotelkette richtig erdacht. Die haben auch alle die Bademäntel mit dem Logo und die Fußmatten, die man nie im Film sieht, da ist das eingestickt und so. Also das war für uns wichtig, das wirklich zu erfinden, diese Hotelkette, diese chinesische Hotelkette. Ja, funktioniert auch gut. Ich habe mir aufgeschrieben, globalisierte Raumerfahrung. Ja, genau, genau, genau. Habt ihr, also es ist so weit gegangen, dass auch die Briefvorlagen, die da irgendwie auf dem Schreibtisch liegen oder sowas, haben alle das Logo und so. Also wir haben wirklich jedes Detail, da gab es Kulis mit diesem Logo drauf und so. Also das war irre. Also die sind da wirklich vollkommen durchgedreht. Ich fand das geil. Wie gesagt, funktioniert auch super. Es hat in letzter Zeit ja doch einige Filme, also auch im deutschen Bereich, gegeben über die Finanzwelt. Unter uns die Stadt, sowas, Wolf of Wall Street. Houston. Houston, genau. Auch früher gab es ja schon Superfilme, Local Hero oder sowas. Ist der Film beeinflusst, auch von der Sicht anderer Filme? Über die Finanzwelt. Wir haben uns Margin Call sehr genau angeguckt und uns entschieden, dass wir es ganz anders machen als Margin Call, dass wir nicht versuchen, die Welt zu erklären. Das war am Anfang für mich natürlich eine große, ich komme vom Dokumentarfilm. Und mein erster Ansatz, okay, wir machen was über Unternehmensberater, war, na gut, okay, wir müssen die Welt der Unternehmensberater jetzt dem Zuschauer erklären und erklären, was da falsch läuft. Das ist mein Ansatz, immer gewesen. Und Weigel hat immer gesagt, nee, er hat überhaupt keinen Bock, irgendwas zu erklären. Das ist doch alles hinlänglich beschrieben. Man kann die Zeitung aufschlagen, überall steht beschrieben, es gibt darüber Dokumentarfilme. Es ist genug gesagt worden darüber, es ist erklärt. Wir brauchen jetzt nicht auch noch eine Erklärung abliefern über den Zustand der Welt und des Kapitalismus und den Unternehmensberater. Das ist nicht notwendig. Und er hat mich davon überzeugt, dass es tatsächlich richtig ist, einfach vom Leder zu ziehen und nicht einen Dokumentarfilm zu machen. Der Film hat ja einen durchaus hyperrealen Ansatz. Ich fand ja auch schön, wie der schwankt quasi zwischen absurder Komik und in Anführungsstrichen realen Szenen. Kannst du vielleicht was über den Ton dieses Films sagen? Über den Humor meinst du? Naja, also erst mal sind das natürlich die Dialoge von Weigel, die einfach tatsächlich sehr stark beeinflusst sind von seinen Erfahrungen mit diesen Menschen, die er gemacht hat. Und die Art des Tons ist davon geprägt. Und das ist das, was er komisch findet. Und was ich auch sofort komisch fand, als ich es las. Und die zweite Ebene, auf der das entstand, sind natürlich die Schauspieler, die das interpretieren müssen. Und der erste Schauspieler, der feststand, war Blomberg. Und eben weil er eine Interpretation dieses Sarkasmus lieferte, die uns sofort überzeugt hat als die richtige für den Film. Wir hatten viele, viele andere vorher ausprobiert und haben sehr lange nach den Schauspielern gesucht. Und also eine andere Besetzung hätte einen vollständig anderen Film ergeben. Wirklich vollständig anderen Film. Bei dem David Striso schwingt ja auch, wenn man den Film sieht und einen anderen Film, nämlich Jela gesehen hat, auch noch diese Figur mit, die ja viel seriöser und auch nicht so zynisch und sarkastisch ist, wie seine Figur in deinem Film. Ja, wir haben natürlich darüber geredet und ich habe mit den Jungs und auch mit der Frau Schüttler dann natürlich auch die Farocchi-Filme angeguckt, die bestimmt wichtig waren, jetzt als Spracherfahrung, als Verbalerfahrung für diese Welt. Harun Farocchi ist ein Dokumentarfilmer, der Petzold sehr stark beeinflusst, der auch Co-Autor von Petzold ist, wenn ich das richtig weiß. Und der in den letzten Jahren eigentlich selbst in seinem eigenen Werk fast nur Filme gemacht hat über Verhandlungen von Wirtschaftsleuten, wo er einfach nur mit einem Interesse an der Verbalakrobatik dieser Menschen das dokumentiert, wie Verhandlungen geführt werden. Das sind starke Zeugnisse, sag ich mal, dieser Welt. Und das war für Jela, für Jela haben die wirklich tatsächlich einen dokumentarischen Dialog aus dem Farocchi-Film eins zu eins reproduziert. Die haben sich das angeguckt, Striso und Petzold, und halt irgendwie beschlossen, dass sie das einfach genau so machen, um irgendeine Form von Realismus da zu bekommen. Und das war interessant. Und da hat Striso natürlich einiges von mit noch transportiert, weil es hat irgendwie so in ihm gesteckt, in der Vorstellung dieser Welt. Kann sich ein Schauspieler bei dir als Regisseur eigentlich entfalten, wenn er eigene Ideen hat, Dialoge einbringen? Ich hoffe, dass es so ist. Ich verlange das ehrlich gesagt sogar ein bisschen. Ich kann, also um es einfach zu sagen, ich habe als Regisseur echt eine ganze Menge andere Dinge zu tun, als mir auszudenken, was die Schauspieler da vor der Kamera machen sollen. Das sollen die gefällig selber tun. Weil ich dafür, also ich habe so und so viele Sachen zu besprechen, zu entscheiden, zu tun, mir darüber klar zu werden. Und dann habe ich für jede Rolle vielleicht noch so viel Kraft übrig von den 100 Prozent Kraft, die ich habe. Und mit dem bisschen kann ich das nicht komplett füllen. Und die haben ja sozusagen, ihre einzige Aufgabe ist ja, diese Rolle zu interpretieren. Und das sollen die sich ausdenken. Die Leistung sollen die ja bringen. Also wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, du musst das so und so machen, dann würden die sagen, ja, alles klar, dann warten wir jetzt mal ab, was der Herr Regisseur sagt. Dann kommt auch so nach jedem, war das gut, war das schlecht? Aber gut, okay, mache ich nochmal, genau so. So, also Schauspieler tendieren manchmal dazu, Verantwortung abgeben zu wollen. Das darf man ihnen nicht gestatten. Es gibt andere Schauspieler, die das an sich ziehen. Da muss man irgendwann dann auch den Bremsklotz reinschmeißen, wenn man merkt, das wird übergriffig oder so. Oder ich fange dann auch an, ihre Kollegen zu inszenieren oder so. Da muss man dann auch Stopp rufen. Aber erst mal, klar, also ich glaube nicht, dass eine gute Schauspielleistung entstehen kann, wenn die nicht aus dem Schauspieler selbst kommt am Ende des Tages. Und natürlich, wenn ein Schauspieler eine Dialogidee hat oder irgendwie sowas, dann höre ich mir das sehr aufmerksam an. Und wenn es nicht wirklich gute Gründe gibt, die dagegen sprechen, dann soll er das so machen, wie er das richtig findet. Wäre ich ja blöde, wenn ich denen ihre Kreativarbeit nicht honorieren würde oder das nicht zulassen würde. Und wenn er sagt, der Dialog ist scheiße, machen wir das mal so? Dann frage ich ihn, warum oder so. Und wenn das nicht nur geschmecklerisch ist, dann lasse ich mich darauf ein. Es gibt halt oft, sagen wir mal, Dinge, wo ich sage, ja, du hast recht. Da und da ist es nicht optimal. Aber wir müssen es leider haben. Ich brauche das, um die Geschichte zu erzählen. An der Stelle muss dieser Dialog fallen, auch wenn wir da jetzt nicht die beste Lösung für gefunden haben. Dann sage ich aber auch oft, hilf mir. Die und die Information muss darüber kommen. Oder das und das muss da passieren. Die und die Wendung muss eingeleitet werden durch den Satz, den er da sagt. Wenn du da eine bessere Idee zu hast, dann bitte. Aber wir können es nicht einfach streichen. Und dann denkt man gemeinsam darüber nach, wie man es vielleicht besser hinkriegen kann. Oft gibt es ja funktionale Gründe für Sätze, die vielleicht jetzt nicht golden sind oder so. Der Film ist ja dein zweiter Spielfilm. Nach der Albaner. Vor ungefähr vier Jahren oder so, glaube ich. Der auch ganz anders aussah. Einen ganz anderen Look hatte. In einem ganz anderen Milieu spielte. Eher ein Krimi war. Man sagt ja immer, das Schwierige ist, den zweiten Film zu machen. Aber das war bei dir nicht so. Woher willst du das wissen? Sag's. Naja, ich hab das auch, ich dachte, also ich hab ich auch gehört und fand das natürlich auch, weil klar, das ist natürlich, der erste Film ist natürlich eine Eruption und eine Kraftleistung und eine Kraftleistung, die man nie wieder erbringen kann. Also die Kraft, die man in seinen ersten Spielfilm investiert, die ist einmalig. Also weil, die wird man nie wieder aufbringen können. Weil, so, das geht einfach nur einmal. Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich hab irgendwo gelesen, du hast auch acht, neun Jahre am Albaner quasi gearbeitet oder vorbereitet und so. Ja, wir haben 2001 angefangen, den zu schreiben und 2010 kam man in die Kinos. Ja, und der zweite Film hat halt das Problem dann immer, dass man, also viele versuchen dann vielleicht, das zu reproduzieren, was sie im ersten Film richtig gemacht haben, wo ja schon der Fehler an sich steckt. Viele erliegen den Versuchungen, wenn sie vielleicht Erfolg hatten mit dem Film, dann des Kommerzes, dass dann irgendjemand kommt und sagt, wir haben hier ein tolles Drehbuch, da musst du jetzt nicht drei Jahre rumentwickeln, sondern da kannst du jetzt gleich deinen zweiten Film machen und wir haben auch schon das Geld und so. Und das ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen kommerzieller als dein erstes Projekt, aber dann hast du was, kannst dir ordentliche Kleider kaufen und vielleicht ein Auto. So, und du willst aber bestimmt auch mal eine Familie, so, denk doch mal so. Und dann erliegen sie diesem Glücksversprechen des schnellen Geldes beim zweiten Film. Das gibt es ja auch oft, dass dann sie sich danach vollkommen niedergeprügelt wieder irgendwie an den Anfang zurückkämpfen müssen, sag ich mal, um wieder überhaupt auf Start anzukommen. Ja, es gibt viele Beispiele von Leuten, die mit dem zweiten Film, sagen wir mal, nicht alles richtig gemacht haben oder so. Und die haben mir natürlich auch, die waren mir natürlich vor Augen. Keine Ahnung, wird sich zeigen, wie das bei mir war. Wir haben vorhin drüber geredet, Zeit der Kannibalen läuft ja eigentlich auch ganz gut. Ja, wir haben vorhin eine lebhafte Debatte über den Zustand des deutschen Kinos gehabt und Verleiher und so. Die wollen wir jetzt hier nicht wiederholen, glaube ich. Er läuft, sagen wir mal, ganz respektabel. Wir sind jetzt, die vierte Woche geht los und wir sind bei 35.000 Zuschauern. Naja, also das muss man heutzutage als Erfolg werten für so einen Film tatsächlich in Deutschland. So, jetzt würde ich gerne mal auf das Publikum überleiten, wenn es von Ihrer Seite aus Fragen oder auch Kommentare gibt. Komme ich zu Ihnen mit dem Mikro? Kommt der Urs mit dem Mikro? Dann kommt der Urs mit dem Mikro. Das klingt so, wie es auch ist. Der Urs ist ein ganz netter. Danke. Wie Ihnen der Film gefallen hat oder so, können Sie auch sich äußern. Sonst kann ich auch mal die erste Frage stellen, was ich immer ganz, wir hatten es auch schon mal angerissen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere den Albaner gesehen hatte damals. Das ist ein Film, der auch quasi zwei Filme in sich vereint. Das finde ich so spannend, weil du hast gesagt, das ist was, was hier quasi auch wiederkommt. Der Film beginnt als eine Komödie und ist dann vielleicht am Ende eine Art Drama jetzt oder so. Das ist was, das ist was, was ja auch nicht so oft gibt und was vor allen Dingen auch nicht so oft gelingt. Wie bist du da vorgegangen, war das ein Plan, das auch so umzusetzen oder wie ist es dann dazu gekommen, dass es jetzt dieser Film ist, der eigentlich auch zwei Filme in sich vereint? Wie beim ersten schon. Das ist interessant, weil das wirklich, also auf der Suche nach Parallelen zwischen dem Albaner und Zeit der Kannibalen fällt mir nicht so viel ein. Und das ist wirklich tatsächlich eine Parallele. Also meine Antwort auf deine Frage war, dass mich eigentlich Genre überhaupt gar nicht interessiert. Also den Film jetzt in Genres einzuordnen oder dass der Film jetzt von einem Genre ins andere übergeht oder so und dass ein Riesenplan dahinter steckt oder so. Also mich interessieren Genres gar nicht so. Es ist mir eigentlich relativ schnuppe und es ist mir beide Male passiert, ganz ohne, dass das am Plan dahinter steckt. Darum kann ich da gar nicht viel zu sagen. Ja, erstmal eine Anregung. Ich denke, die meisten in Albaner noch nicht gesehen. Zeigen sie auch einfach mal hier. Geben sie uns die Gelegenheit. Und der lief ja noch nicht, oder? Hab ich nicht verpasst. Und das andere war, Sie haben gesagt, dass Sie oft gehört haben, dass Sie die Berater ein bisschen zu fies dargestellt haben. Kam da auch Kritik, dass, also abgesehen von den Personen, die Situation der Gesamtzusammenhang zu negativ war, zu drastisch? Oder haben Sie da nur Zustimmung geerntet? Also auf jeden Fall, gerade in den betreffenden Kreisen bin ich auf niemanden getroffen, der mir sagte, das stimmt ja gar nicht oder so im Vorfeld. Also auch, als ich dann den Film gezeigt habe. Nein, also die Beraterwelt ist ja unglaublich ambivalent. Also das kann man nicht über einen Kamm scheren. Und natürlich muss der Film sich auch den Vorwurf gefallen lassen, dass es eine Klischee-Darstellung von Beratern ist. Weil das natürlich nicht in Gänze die Tätigkeit, die Berater haben können oder die Möglichkeiten von Beratung abdeckt oder so. Sondern es ist eine bestimmte exzessive Form von Beratung großer Consulting-Unternehmen im Strukturbereich, im globalisierten Format, die da Vorbild war dieser Sache. Insofern ist es kein Film, der tatsächlich für sich in Anspruch nehmen kann, dass er Beratung in irgendeiner Form beschreibt, in Gänze oder so. Und es gibt bestimmt ganz viele Berater, die sich ungerecht behandelt fühlen, wenn sie den Film gucken. Und zu Recht wahrscheinlich auch. Also ich habe die alle als interessante, gewinnende, sehr reflektierte Menschen wahrgenommen, die wahnsinnig gut mit Sprache umgehen, die sehr charismatisch sind, die ihrer eigenen Zunft und ihrer Tätigkeiten auch durchaus sehr kritisch gegenüberstehen, die Kritik auch erlauben und auch fordern. Und das waren immer sehr interessante und für mich auch sehr lehrreiche Gespräche, die ich geführt habe mit denen. Ich bin eigentlich selten auf Leute getroffen, die mir mit Ablehnung begegnet sind, was ja auch dumm gewesen wäre von denen. Ich bin eigentlich immer auf Leute getroffen, die versucht haben, aus der Begegnung was zu lernen, so wie ich auch versucht habe, aus der Begegnung was zu lernen. Ja, ich fand den Film sehr beeindruckend, aber richtig gepackt hat er mich eigentlich zum Schluss, also in dem Moment, wo es ernst wird, und zwar wo der David Striso auf dem Bett sitzt und ihm fangen dann an, die Beine zu schlottern. Und also die letzten Einstellungen, die sind für mich eigentlich, klar, die Berater schotten sich ab und lassen das gar nicht an sich ran, aber da fühle ich mich betroffen. Also sagen wir mal, in einer Generation, wo wir keinen Krieg haben, Gott sei Dank, aber wo man plötzlich aus dieser Sicherheitszone gestoßen wird. Und da finde ich, kann man sich sehr gut, also man ist plötzlich gepackt, und das ist man ja auch selber, die Frau, die sich hinten in die Ecke setzen soll. Also das war für mich die Sahnehaube noch obendrauf auf dem Film, das Ende. Ja, die Idee war die, sagen wir mal, vollständige Inszenierung des Kontrollverlustes. Im Prinzip ist die dramaturgische Entwicklung dieses Films ja einfach nur eine Entwicklung von der absoluten Kontrolle oder der Illusion absoluter Kontrolle zu absolutem Kontrollverlust. Und der Versuch, das stringent durchzuziehen, von ganz am Anfang bis ganz am Ende. Ähm, so. Freut mich, dass das gewirkt hat bei Ihnen. Ja, und ehrlich gesagt, das ist auch meine Lieblingsstelle im Film. Eine der wenigen Stellen, an denen nicht gequatscht wird. Ähm, wenn Striso, wenn Striso langsam dieser Schock physisch sichtbar wird, äh, und wir haben das ja auch in Gänze reingeschnitten, ähm, die Regieanweisung an ihn war, ähm, das weiß ich noch sehr genau, äh, du spielst einfach, du bist mit 80 mit dem Auto gegen einen Baum gefahren, steigst aus und wunderst dich, dass dir überhaupt nichts passiert ist. Und, äh, läufst du ums Auto rum und irgendwie guckst dir alles an irgendwie und dann kommen Leute und sagen, sie sind gerade mit 80 an den Baum gefahren. Ne, aber mir ist gar nichts passiert. Und dann merkst du plötzlich, wie dein Körper, wie die Funktionen von deinem Körper aussetzen. Und du denkst, dass es gar nichts passiert. Das war die Regieanweisung an ihn, so. Ähm, und wie er das umgesetzt hat, war natürlich unfassbar. Eine schöne Szene ist ja auch, wo die drei, ähm, wie die Hühner auf der Stange, ähm, an dem Tisch sitzen und auf die, ähm, Videokonferenz warten. Da wird ja jetzt auch, ist ja kein wirklicher Dialog, der sagt, erlaubt. Ja, da haben wir einen schönen, einen schönen, kann ich eine schöne Geschichte zu erzählen. Äh, äh, da haben wir die Stühle, den Tisch höher gemacht und die Stühle etwas niedriger gemacht. Das haben wir ihnen nicht gesagt. Also so, dass die sozusagen, äh, so wie die Schulbuben, also die saßen an dem Tisch, ja sehr oft, äh, im Laufe dieses Films, aber in dieser Szene war der Tisch höher. Und, ähm, was halt so eine erniedrigende Sache ist. Und das wussten die aber nicht. Und irgendwann hat Blomberg das auch gesagt, ich sitze hier so komisch, ich kann mich überhaupt gar nicht richtig hinsetzen oder so. Und was dann auch zu so Posen führt mit den Händen auf dem Tisch oder so, was die halt so schulbubenhaft sind. Äh, und so. Und, ähm, das war interessant, was das gemacht hat mit den Schauspielern. So. Äh, simpler Trick. Ja, ich wollte nur mal frech fragen, ob Berater hier sind. Vielleicht, die sich outen möchten. Ja, nur zu. Ja, schönen guten Abend. Hallo. Ich, ähm, ich bin wegen dem Jobs sozusagen nach Frankfurt gekommen. Als Berufseinsteiger. Ähm, hab, äh, mit Sicherheit nicht jetzt in dem, äh, Hardcore-Metier gearbeitet. Da ging es um, ähm, zum Teil um Rechtsberatung, ähm, Compliance, wie es so schön heißt. Ähm. Ähm, 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 auch um soziale Fragen, Korruptionsfragen, das waren so unsere Hauptthemen. Von dem her konnte man, glaube ich, so im Hintergrund noch, ähm, so ein bisschen von sich behaupten, ähm, man macht hier was, was Gutes sozusagen. Ähm. Ähm, ich denke auch, dass es letzten Endes einen guten Effekt hat, ähm, aber mir ging das Ganze nicht weit genug, äh, weil letzten Endes ja doch, ähm, das Geld im Vordergrund steht. Die Unternehmen machen das ja nicht zum Spaß. Sie machen es auch nur oder erst in dem Moment, wo sie rechtlich belangt werden können. Und, äh, Korruption ist momentan weltweit ein starkes Thema. Immer mehr Länder schließen sich, äh, Antikorruptionsregelungen an. Deshalb wird es für Unternehmen natürlich interessant. War es vor 10 oder 20 Jahren noch nicht. Ähm, ähm, von dem her habe ich das ein bisschen mit, mit Vorsicht betrachtet. Und er wirkt jetzt auch, äh, andere Wege. Ähm, vielleicht noch eine, eine persönliche Bemerkung. Ich fand's, äh, die Ambivalenz der, der Schauspieler sehr, äh, sehr beeindruckend. Ähm, muss das, äh, auch für mich zugeben. Das stelle ich auch bei mir fest. Ich persönlich habe mich bei meinem Studium hauptsächlich und auch sehr stark mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt. Ähm, ähm, und, äh, habe durchaus bewogen, auch bei NGOs zu arbeiten. Ähm, ähm, tue ich auch jetzt wieder. Ähm, ähm, also die Ambivalenz ist interessant zu beobachten und, äh, wird bei mir jetzt von der Nachschau auch noch mal, äh, zu einigen Reflexionen führen. Ja. Ja, vielen Dank für den, äh, äh, für die Ansicht, für den Kommentar. Ähm, hallo, ähm, ich fand den Film auch sehr beeindruckend und, äh, vor allen Dingen auch die Musik, ähm, also das Konzept der Musik fand ich, äh, sehr eindrund. Und, ähm, wollte fragen, wie es dazu gekommen ist, also genau diese Art der musikalischen Untermalung, ähm, auszusuchen oder, ja. Ähm, ähm, ich habe mich am Anfang gefragt, ob der Film überhaupt Musik hat. Und ich war lange Zeit der festen Überzeugung, dass wir gar keine Musik machen. Und dann dachte ich, wenn man Musik macht, dann muss das Musik sein, die, ähm, also dann war klar, dass es neue Musik sein muss. Also atonale, neue Musik. Und, ähm, weil, weil, was man auf jeden Fall vermeiden muss bei so einer Form von Film ist, dass die Musik in irgendeiner, in irgendeiner Weise einem vorgibt, was man zu empfinden, zu denken hat. Dass sie als Gebrauchsanleitung, emotional Gebrauchsanleitung in irgendeiner Form fungiert, weil das wird einen komplett aus der Kurve reißen. Ähm, ähm, die, wenn die irgendeine Funktion haben, dürfte, dann zu verstören oder, ähm, ein Unwohlgefühl auszulösen oder so, ähm, das Bedürfnis vielleicht zu generieren, hinter die Kulissen zu schauen oder so. Ähm, und, ähm, dann habe ich, ähm, diesen Cornelius Schwer gefunden, diesen Komponisten neuer Musik, ähm, der auch schon ein älterer Epigone seines Fachs ist. Ähm, und, ähm, das war ganz toll mit dem, das zu machen. Der hat sich gefreut für ein kleines Kind, dass der die Musik, die er normalerweise für Bühnen schreibt oder für Orchester oder für solche Vorführungen, also für sehr ernste Zwecke, dass das plötzlich sozusagen als Gebrauchsmusik, äh, Einsatz finden soll und dass er das sozusagen auch daraufhin komponiert, äh, äh, oder so. Das war für ihn, ähm, der hat tatsächlich Filmmusiken gemacht, aber ganz anderer Natur, äh, im Laufe seines Lebens. Ähm, halt wirklich Gebrauchsmusik. Aber da wollte niemand, dass er seine neue Musik, äh, verwendet oder so, äh, das war für ihn, glaube ich, was Neues. Im Hörspiel hat er das tatsächlich gemacht vorher, aber nie im Film. Und das war, äh, das war sehr spannend, für mich auch, mit so jemand, der so ein, naja, so ein Held seines Fachs ist. Ich habe als Vorfilm hier einen Film ausgewählt, den hast du leider nicht gesehen, der hieß Bankenkrise. Ähm, und ich wollte dich fragen, ähm, wäre das für dich auch denkbar gewesen, sowas mit Bankern zu machen? Und wenn ja, wie, wie wäre das, also du musst natürlich hier in Frankfurt gefragt werden, äh, und, äh, wie, wer hätte das vielleicht anders ausgesehen? Also siehst du da, ist das schon so ein Spannungsfeld, was du irgendwie als ähnlich beschreiben würdest, oder wie wirkt das auf dich? Das kann ich dir ehrlich gesagt jetzt nicht in zwei Sätzen sagen, weil ich ehrlich gesagt mich sehr intensiv mit, äh, der Welt der Unternehmensberater auseinandergesetzt habe. Und die streift natürlich die Welt des Bankings, äh, ab und zu, aber, äh, ich kenne mich in dieser Welt jetzt nicht so gut aus, dass ich das dir, ähm, wirklich profund, äh, beantworten kann. Ähm, das wäre, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Ähm, vielleicht könnte man darüber reden. Wenn man darüber einen ähnlichen, eine ähnliche Form von Geschichte erzählen, also sagen wir mal so, so eine klaustrophobische Verdichtung in so einem Raum ist natürlich immer gut, um, äh, über, äh, so eine Versuchsanordnung ist natürlich immer gut, um was über, äh, eine Kaste oder über eine bestimmte Form von Profession, über eine, eine Gruppe Menschen, die sich, sagen wir mal, äh, irgendeiner bestimmten Sache verschrieben hat zu erzählen oder so, ähm, das ist als Form, äh, Inselschauplatz nennt man das, glaube ich, in einer, äh, in einer, äh, in einer dramatischen Schule, ne. Ist bei diesem Bankenfilm Margin Call ja letzten Endes auch so, die sitzen ja auch immer nur in einem Haus. Stimmt. Vielleicht, ähm, vielleicht, äh, weil wir so über den zweiten Film, äh, gesprochen haben, was wird denn der dritte? Ähm, da gibt's, äh, diverses, was, ähm, auf, äh, auf, äh, darauf hofft, gemacht zu werden. Und, äh, das, was ich, wem ich momentan die meisten Chancen gebe, ist ein Stoff über, äh, Geheimdienste tatsächlich, äh, über den BND. Ähm, ähm, und, äh, über einen Vorfall, der sich zwischen 99 und 2002 ereignet hat im Zusammenhang mit dem Irakkrieg, äh, eine sehr haarsträubende Geschichte, äh, die, die ich jetzt hier nicht in Gänze erzählen werde, aber irgendwie auf jeden Fall auch einiges an Groteskem zu bieten hat. Und, äh, der BND ist bisher komischerweise im deutschen Film relativ ungeschoren davongekommen. Muss sich unbedingt ändern. Vielleicht, ja. Ähm, äh, äh, ich hab auch noch eine Frage, bevor ich meine klassische Frage stelle, aber was wirklich interessant ist, weil du an, äh, ähm, ja, sagen wir mal einen Werdegang hast, der jetzt auch vielleicht nicht dem klassischen deutschen Regisseursbild entspricht, weil du bist dazu auch noch Oberbeleuchter und schreibst auch noch Drehbücher für andere. Ähm, wie, wie kam das dazu? Und du hast auch mal, äh, du hast mir auch schon mal gesagt, dass das Oberbeleuchter-Ding dir auch fast sogar vielleicht mehr Freude macht. Ähm, kannst du das mal beschreiben? Also, wie kann man sich das vorstellen, wenn man einmal Regie gemacht hat, dann hat man quasi die Hoheit über alles und dann ist man wieder Oberbeleuchter an einem klassischen Set? Erzähl mal. Also, ich bin mit 23 auf die Filmhochschule gekommen und da musste jeder bei jedem mithelfen, äh, weil konnte man sich keine Profis leisten, die irgendwas gemacht haben. Und ich war der Typ, der für die anderen die Lampen aufgestellt hat, so. Und, ähm, äh, das hat mir Spaß gemacht und ich hab gemerkt, ich kann das irgendwie und hab dazu eine Befähigung und ein Talent und, äh, äh, bin da in die Tiefe gegangen und, ähm, hab plötzlich auch gemerkt, damit kann man Geld verdienen. Und dann war das ein sehr schöner Weg, sich das Studium zu finanzieren, äh, als Beleuchter oder als Oberbeleuchter, äh, äh, zu arbeiten für Videoclips und so damals. Ähm, und, äh, dann hab ich gemerkt, das ist auch ein guter Weg, um sich als Regisseur eine Freiheit zu erarbeiten. Um eben nicht, äh, sich an einem Markt, äh, seine Haut verkaufen zu müssen, um irgendwie überleben zu können und Kompromisse zu machen. Man kann, wenn man einen anderen Beruf hat, von dem man leben kann, natürlich sehr kompromisslos sein. Und, ähm, das hab ich dann auch probiert. Nicht umsonst. Ich hab 99 mein Studium beendet, mein, danach hab ich Dokument, ich hab ja Dokumentarfilm studiert, danach hab ich einen Dokumentarfilm gemacht 2005 und, äh, den Albaner hab ich 2009 gedreht. Das konnte ich mir natürlich nur leisten, weil ich als Oberbeleuchter gearbeitet hab und davon gelebt habe. Und, ähm, hinzu kommt, dass, dass Regieführen ein sehr einsamer, äh, Beruf ist. Wenn man den, glaub ich, nur macht, dann wird man, glaub ich, sehr sonderbarer Mensch. Und, äh, ich bin sehr froh, zwischendurch mal mit meinen Kumpels irgendwie ganz normale Arbeit machen zu können, äh, und, ähm, nicht diesen Druck, mich ständig aussetzen zu müssen. Und, ähm, man verdient auch mehr Geld dabei, ehrlich gesagt. Also, wenn man so auf die Stunde runterrechnet, verdiene ich als Oberbeleuchter mehr als als Regisseur. So. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich das habe, ehrlich gesagt. Und ich, komm gerade heute, hatte ich Motivbesichtigung für einen Film, wo ich Licht mache, äh, mit, ähm, mit Iris Berben, äh, die Deutschlehrerin fürs ZDF. Ja. Und, ähm, ja, also dadurch, dass du ja auch so vielfältige Eindrücke, äh, hast, eben auch in so vielen Gewerken auch, äh, tätig bist, die klassische Frage, unsere Reihe heißt, was tut sich im deutschen Film? Und, ähm, wie verfolgst du das? Ähm, gibt's Filme, die dich beeindrucken, wo du sagst, ja, das, das ist das, was sich gerade tut? Oder wie ist denn dein Statusbericht, was es mit dem deutschen Film auf sich hat? Ich sehe immer wieder, dass, ähm, 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 äh, unglaubliche Meisterwerke durch die Ritzen, äh, des Betons schlüpfen. Aber die dürfen alle nicht durch den Haupteingang, äh, und das, äh, finde ich schade. Ähm, ähm, irgendwie, die, in Österreich ist das anders zum Beispiel. Die haben sich wirklich überlegt, wie sie hochwertig, also kulturell, künstlerisch hochwertige Filme wirklich tatsächlich unterstützen, fördern und, ähm, ähm, befähigen können. Und in Deutschland muss das immer ob subversiver Art und Weise geschehen. Äh, und, äh, das ist natürlich schrecklich. Weil wir haben in Deutschland a. technisch und b. auch kreativ solches Potenzial an Leuten, ähm, also die Amis kommen nach Babelsberg, ich wohne in Berlin, wie gesagt, äh, ich bin als Beleuchter auch ab und zu an diesen Sets, äh, äh, und, äh, äh, da werden die unglaublichsten Dinge gedreht, ja, in Glorious Bastards wird da gedreht, irgendwie, und das sieht aus wie eine Hollywood-Produktion, das können wir alles machen in Deutschland, ohne Probleme. Äh, äh, und es gibt Leute, die, äh, durchaus in der Lage sind, äh, die radikalsten Stoffe zu erzeugen. Es ist aber in der Systematik der deutschen Filmfinanzierung einfach schlicht und ergreifend so, dass einem sehr schnell der Mut ausgeht, wenn man sowas probiert. Und, ähm, ich bin froh, dass es trotzdem Filme gibt, die das schaffen. Ähm, einen habe ich schon erwähnt, Houston zum Beispiel, der wirklich mein Lieblingsfilm des letzten Jahres war. Ich weiß nicht, der hatte auch irgendwie 7.000 Zuschauer oder 5.000 oder sowas im Kino, ganz schrecklich. Ähm, da geht's auch, ähm, ähm, Ulrich Tukor spielt einen, ein Headhunter, der, ähm, Alkoholiker ist und seine letzte große Chance bekommt, für einen Konzern wie BMW einen neuen CEO, äh, in Amerika anzuwerben, äh, den die sich ausgesucht haben, der da aber der CEO von einer, äh, von einer Öl-Company ist oder so. Und, äh, der, der in Deutschland bei irgendeiner Reise, die er da macht, nicht, dem nicht habhaft werden kann, um dem dieses, äh, vertrauliche Angebot zu machen, reist der nach Houston, um, um den zu finden. Und der kommt einfach nicht an den ran, weil der so gut abgeschirmt ist und scheitert daran. Und fängt natürlich wieder an zu saufen und so. Ist wahnsinnig komisch und wahnsinnig tragisch und ein großartiger Film, äh, den ich wirklich nur allen ans Herz legen kann. Ähm, äh, so. Also es gibt immer wieder diese Perlen, äh, die ganz großartig sind. Die dann auch eher auf Festivals Erfolg kamen, ne? Also Houston zum Beispiel hat einen Hof ja gewonnen. Ja, ich saß da in einem Hof in der Jury. Deswegen? Nee, war ja beim Albana ja so ähnlich eigentlich, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, ja, naja, klar. Der hatte auch, was weiß ich, 7, 8, 9.000 Zuschauer im Kino und war ein Festival-Film. Ja, richtig. Ähm, was soll man dazu sagen? Also, jetzt fangen wir doch an. Und über den Zustand des Verleihgeschäfts oder des Kinogeschäfts zu reden. Irgendwie ist es natürlich wirklich dramatisch, dass der deutsche Film im Kino eigentlich im Prinzip keinen Platz mehr findet, wo er wirklich stattfinden kann. Der wirklich tolle deutsche Film. Und die Frage ist, wo soll er stattfinden? Auf Festivals? Das ist eine Möglichkeit. Äh, Festivals schießen ja wie Pilze aus dem Boden. Und es ist super, dass Leute das annehmen als Ort, wo sie offensichtlich auch sich darauf freuen, irgendwas Hochwertiges geboten zu bekommen. Aber, ähm, dass so eine Kinokultur, dass sozusagen irgendwann, äh, war irgendjemand aus dem Ausland, was, aus irgendeinem Land, dem ich das erzählt habe, was war es? Ich glaube, aus Frankreich, irgendjemand, dem ich erzählte, ähm, dass das so schlimm ist, weil die Leute diese Filme nicht mehr im Kino gucken. Und der hat mich gefragt, wo sind die deutschen Cineasten denn hin? Wo sind die denn? Warum gibt's die nicht mehr? Ich sag, die gibt's, weiß nicht, gibt's die noch? Äh, ich glaub schon, dass es die gibt, aber, ähm, vielleicht gehen die nicht mehr ins Kino aus irgendeinem Grund. Sind die enttäuscht worden vom Kino? Oder von, von der Institution Kino? Was ist da passiert? Waren die Zahlen überhaupt jemals besser für diese Form Filme? Ich weiß es nicht. Okay. Warten Sie, warten Sie kurz. Ich bin nur dann aus Interesse, in wie vielen Kinos läuft denn der Film jetzt? Zeit der Kannibalen zum Beispiel. Wir haben gestartet, äh, mit, äh, glaube ich, 56 Kinos in Deutschland. Und wir sind jetzt in Woche vier bei 64 Kinos. Ich bin vollkommen euphorisiert, dass es mehr wird. Äh, das finde ich irre. Also ich bin zum Beispiel aus St. Ingbert und bei uns läuft er im Moment im Kino. Wir haben ihn jetzt im Programm. Hab ich gelesen. Wo ist St. Ingbert? Ach, das ist im Saarland, in der Nähe von Saarbrücken. Also es ist gar nicht so weit hier. Wir sind jetzt, äh, in anderthalb Stunden ist man hier. Nach St. Ingbert. Ich grüße St. Ingbert. Ja. Also uns hat der Film auch sehr gut gefallen. Und, äh, wir haben jetzt aber auch gemerkt, die Zuschauerzahlen sind nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten oder so. Und wir haben auch die Erfahrung, es ist ganz schwierig, die Leute ins Kino zu locken. Und es funktioniert oft nur über das Ereignis oder die Sensation. Also zum Beispiel, wenn der Regisseur anwesend ist oder... Na, ich komme vorbei. Kein Thema. Äh, prima. Das war... In St. Ingbert. Ja, äh, wir haben ja noch das Glück, es gibt ja den Max-Ufels-Preis in Saarbrücken, also das Max-Ufels-Festival in Saarbrücken. Und, ähm, da hat man schon auch den Kontakt oft zu den Regisseuren oder zu Schauspielern oder... Aber es ist wirklich schwierig, ähm, die Leute ins Kino zu bekommen. Wir merken auch, es gibt ein älteres Publikum, also die Siniasten sind wohl alle älter. Und das junge Publikum ist wirklich sehr schwer zu erreichen. Also da haben wir... Jetzt... Ja, naja, ja. Da wissen wir auch noch nicht genau, wie man sie erreichen kann. Also es läuft ganz viel übers Internet oder über... Ich glaube, ein intelligentes, junges Publikum fühlt sich auch, ehrlich gesagt, von dem, was ihm geboten wird, im Kino nicht ernst genommen. Äh, das ist so der Eindruck, den ich habe. Ähm, es ist sehr schwer, äh, wenn man sich unterhalten will im Kino, ein Angebot zu finden, jenseits von, sagen wir mal, wirklich stumpfem Klamauk, ähm, mit dem man sich identifizieren kann. Also, ich kann mir vorstellen, dass die sozusagen die Chance, im Kino irgendwas aus Deutschland zu Gesicht zu bekommen, was ihnen gefällt, ist, also sagen wir mal, junge Leute, die... Ja, ich glaube, dass es, äh, ich glaube, dass die auch verprellt sind, so. Also, dass sie andere Orte suchen, ähm, für, für Filme, äh, eben das Internet oder, oder Video-on-Demand oder so, äh, wo sie sich auf die Suche begeben nach den Dingen, die sie interessieren. Frage ist, wie man das ändern kann, natürlich. Gerade noch zum Max-Offels-Festival, da gibt es eine Reihe halt, die für Schulen speziell Filme auswählt und da war ich jetzt ein paar Mal gewesen und das ist eigentlich eine sehr gute Sache. Also, das Max-Offels-Festival ist ja jetzt in diesem Sinister, also es sind immer zwei, dreihundert Schüler, die sich dann ausgesuchte Filme angucken und da entstehen auch wirklich gute Diskussionen. Und ich denke, da fängt es an, dass man auch mal versucht, äh, ein cineastisches Publikum zu finden halt, dass man auch merkt, es gibt andere Filme. Und ich habe auch gesehen, zu dem Film gibt es ja auch Begleitmaterial von der Vision Kino, was auch sehr gut ist. Ich habe mir das mal ausgedruckt. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Und wir machen ja auch sehr viele Veranstaltungen mit Schulen zusammen, dass wir Lehrer ansprechen. Da gibt es ja ältere Lehrer, die ich dann als cineasten bezeichne und mit denen kann man dann zusammenarbeiten. Das war uns auch wichtig, da ein Schulangebot zu machen bei Zeit der Kannibalen. Und ich bin auch sehr interessiert daran, dass das stattfindet. Weil letztendlich so ein Film ist dafür da, dass dann auch eine Diskussion geführt wird darüber oder gerade junge Leute darüber reden. Also für mich ist auch die Auseinandersetzung mit dem Publikum oder das Gespräch über den Film eigentlich im Prinzip die zweite zentrale Aufgabe für mich als Regisseur nach dem Machen von dem Film. Weil das, ja, also das ist zentral. Heute ist mir noch ein Buch in die Hand gefallen oder vielmehr, ein Freund hat mich darauf hingewiesen. Das heißt, die Plünderung der Welt. Mir ist das deshalb auch so aufgefallen, weil das Plakat und das Cover ähnlich sind. Also es sind auch drei Personen drauf. Das ist ein österreichisches Buch, ne? Ich weiß nicht, wie Michael Mayer heißt der. Ja, 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 das hat mir auch vor ein paar Tagen jemand geschickt, eine E-Mail irgendwie. Da ist ein österreichisches Buch über die Finanzbranche oder sowas herausgekommen mit so einem roten Hintergrund und drei so Typen. Also es sieht aus wie unser Filmplakat. Ich war auch ganz, ich war ganz erstaunt. Ich finde es super, dass jemand das sofort plagiiert, unser Filmplakat für ein Buch. Also ich empfinde das als großes Lob oder so. Ich bin da ganz stolz drauf. Aber ich wollte noch kurz was sagen. Ich glaube, der Film, dass der auch schon junge Leute anspricht, auch der Humor oder auch diese überhaupt, wie Sie gesagt haben, es ist eigentlich alles schon bekannt, es ist alles schon gesagt. Und wie geht man damit um? Und ja, ich denke, da ist auch eine große Verzweiflung da und oft aber auch die Lust, darüber zu lachen. Also es hat mich auch teilweise an die Känguru-Chroniken erinnert, also der Humor. Und ich denke, da kann man, ich denke schon, dass man die Jugend damit erreichen kann. Hoffen wir es. Versuchen wir es. Danke. Ja, also als erstes nochmal vielen Dank, dass Sie gekommen sind heute Abend. Das war wirklich ein sehr großartiger Film. Ich wollte mich nochmal als Vertreter der jungen Generation hier vielleicht auch äußern. Und ich sage, ich bin sehr gerne bereit. Ich gehe sehr gerne ins Kino, wo man immer das möglich ist, gerade hier in Frankfurt. Entschuldigung, ist ein sehr großes Angebot. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel am Wochenende in Jena verbringe oder so, habe ich einfach keine Möglichkeit. Und ich bin durchaus bereit, viel Geld auch im Streaming auszugeben, wenn einfach die Möglichkeit da wäre. Also, aber es gibt keine Plattform. Das ist eigentlich schade. Doch, es gibt wirklich Leute, die das probieren. Plattformen. Das Problem ist so ein bisschen, dass eben die Verleiher das noch nicht so, wir hatten auch darüber, das Thema war auch gerade bei uns aktuell. Die Verleiher weigern, wehren sich noch teilweise dagegen, das zuzulassen, so eine Multiauswertung. Weil die Angst haben, dass dann Leute, die vielleicht ins Kino gehen würden, sich das stattdessen dann auf einer Streamingplattform angucken. Ich halte das für Quatsch. Man muss sozusagen den Filmkonsum bestimmter Filme couragieren bei den Leuten. Das muss man schaffen. Aber da scheiden sich die Geister tatsächlich bei den Leuten, die da versuchen, von zu leben. Ist aber natürlich das Thema der Zeit vollkommen richtig. Ja, ich denke, wir versuchen hier immer das Beste, dass wir Ihnen hier herausragende deutsche Filme auch präsentieren. Gerade auch in dieser Reihe. Und ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Johannes Naber, herzlichen Applaus. Danke für deinen Film. Die Kinozahlen kommen übrigens in der Hauptsache durch Weitersagen zustande. Wenn Ihnen der Film gefallen hat, sagen Sie es weiter. 50.000 sollten erreicht werden. Und genauso möchte ich Sie natürlich auf die nächste Veranstaltung unserer Reihe hinweisen. Auch das ist eine ganz, ganz spannende. Denn wir werden im nächsten Monat Philipp Gröning hier zu Gast haben. Er hat beim Filmfest in Venedig einen der Preise gewonnen. Das ist für einen deutschen Film wirklich außergewöhnlich. Der Film heißt Die Frau des Polizisten und wird am 27. Juli hier bei uns an einem Sonntag dann zu sehen sein. Ebenso, gerade wo wir auch über Ereignisse und Events gesprochen haben, wir haben die Kinowoche auch wieder im Juli. Und zwar Kino an ungewöhnlichen Orten. Also an Plätzen, wo Sie sonst kein Kino erleben. Da haben wir auch die Organisatorin hier heute sitzen. Da gibt es eine Woche lang dann ein ganz tolles Programm. Und schauen Sie auf jeden Fall mal ins Internet. Ich glaube, die Filme sind auch schon online. Noch nicht? Okay. Willst du vielleicht noch ein, zwei Highlight-Veranstaltungen schon mal anteasern? Wo ist es jetzt? Überrascht du mich? Highlight-Veranstaltungen. Ja gut. Was tut sich im deutschen Film? Haben wir jetzt nichts ganz brandaktuelles im Programm. Wir starten mit was Klassischerem aus dem deutschen Film. Mit keinem Pardon in der Kälterei Postmann zu Ehren von Heinz Schenk. Das ist quasi der Auftakt. Und beschließend tun wir die Kinowoche mit Las von Trier Melancholia im wunderschönen Park der Villa Meister in Sindlingen. Also da kann man auch mal abgelegene Orte in Frankfurt entdecken. Sindlingen ist ja die südwestlichste Spitze Frankfurts. Also kommen Sie mit. Programm ist ab Montag online. Und ab Mittwoch startet der Vorverkauf. Kann man nur empfehlen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg. Und wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter. Bis bald. Tschüss. Applaus 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 Applaus